Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dallavid 2k17 und wie sind wir bei Maining-Venum und wieder ein Tag Team Match gegen Tyson Kidd und Finn Balor. Ich habe Déjà-Vus. Das läuft jetzt die ganze Zeit zu Finn Balor unserer Rivale. Wenn wir die Rivalität nicht abnehmen können, dann wird sich die Matches nicht ändern. Dann habe ich so das Gefühl. Ich hoffe es wird sich ändern. Oder irgendwas passiert mal. Und wir sind nicht so im Modus. Ich liebe es. Ich liebe es. Diese Teams sind zu machen hier in der Tag Team Division. Ich liebe es. Und seine Partner, Weighing in at 230 lb, The Crusher. Wir sind momentan von der Start-Tag-Team-Match. Ja, wir warten nicht mehr. Der Crowd ist bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und diese Teams haben schon erwartet, und so haben ich. Ich glaube, heute bei diesem Match wird es Zeit, Finn Bela zu pinnen. Und sie haben nicht Tyson Kidd. Auch wenn es einfacher ist. Ich versuche, dieses Match auch mit einem Fühststellen-Match zu gewinnen. Vielleicht steigen wir sogar am Rang auf, weil es Tag-Demensers sind. Und ich versuche einfach, mein möglichstes die bestmöglichen Punkte zu erobern. Nicht das Match zu gewinnen. Natürlich auch. Aber, Hauptaugenmerk auf, wie cooles Match liegt. Und seine Partner, von Bray County, Wicklow, Ireland. Weighing in at 190 lb, Finn Bela. Oh, the referee will undoubtedly have his hands full when these two teams collide. Thank you, everybody, for tuning in to another great episode of Main Event. We're about to get this next match underway. Main Event. Musik 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 aber ich versuche an den und hier ist ein Tag zu durch und hier ist ein Tag zu durch Ja, ich kann nicht wachst, wie das das Ganze auf dem Kopf ist immer interessiert, dass Superstars in Tag Team und nicht so in Single Matches und Art und zu selbst. Regardless, we and the rest of the WWE world are in for a night to remember. Oh, that was a hard shot. What a strike! As the action continues, let's discuss Tyson Kidd briefly. It's a tag team match, so the parts are sometimes greater than the whole. What can we expect here? Dating back to his earliest days here in the WWE, Tyson Kidd has proved that he's not somebody to mess with when it comes to tag team competition. What a team! Yeah, he's too late. He's not really so hit. And he plays. Yeah, he's already done, but... I just pressed. I didn't think about it. I didn't think about it. Oh! A facebuster! I have to change it. I forgot to change it. I have to change it. The move. I have no counter signals anymore. What is that? What is that? Well, sometimes it's a bit... I have a chance to counter two times. And I... ... 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 so weit in die linken und er konnte die netten nie tyson kids b abzüllen die erste mächte die erste die erste wäsche 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 dieses kaputt bei ihnen der politik das könnte schwer werden wenn man nicht kommen die sache sie ist Rather than continuing to absorb any more punishment, he might. We got to cover. Oh, look at that. He managed to get a shoulder up. Well, like they say, Cole, timing is everything. He simply refuses to stay down. Ah. You don't see that move every day. This guy's just getting worn out. Just bad. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. Ah! That landed like a ton of bricks. Somebody wants in this match right now. What's he going to do here? What's he going to do here? He's going to destroy this man. Another neckbreaker. Another neckbreaker. I don't remember the last time he executed that maneuver. Oh, God. That was hitting the nail right of the head. If he takes many more of those, he's going to get lit up like a Christmas tree. When this guy's on, look out. Yep. There's the reversal by Finn Balor. Incredible counter. He saw that one coming. What do you think Finn Balor needs to focus on right now? Oh, that was the tag team that was dangerously close to getting out of control for him. And Mago, this could be the opening he needs to pull ahead. Well, if he's going to do it, now might be the time to whip out something bold, Cole. He's pulling out all the stops tonight. So, 3,5-stern arm, right? The more punishment he takes, the slower and slower he is getting back to his feet. I'm going to do it somehow, no, oops. Eeeeh, I'm going to do it, of course. Come, JZ Kraft, alright? Oh, he's going to do it. He's running towards him right now. Oh, I'm going to finish my career now. I mean, it's definitely a first time. This is great, this guy will try anything. aber ich will gar nicht die da auf und geht dann geht das nicht mehr ist klar Das war's! Jetzt aber... Komm schon wieder? ich muss jetzt mal ein bisschen nein da wollte ich nicht drauf schafft er noch nicht ich muss jetzt halt auch ein bisschen was macht er? will er mich verarschen? und er konnte jay 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 wird direkt fertig gemacht von fin balor der sowieso fertig ist das ist unglaublich tauscht du mal einmal ne jay 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 konnte doch gar nix jetzt kommt der finischer jetzt kommt der finischer ich hoffe wir haben einen ihn wieder noch rauskommt und er ist jetzt schon angeschlagen als ich und ich habe viel länger gekämpft oh der greift dazu dann soll muss jetzt mal sein wobei ich Punkte verliege jetzt kommt er nicht mehr weg ich fasse es nicht warum kann ich nicht schlagen ich stand einfach nur ich wollte schlagen und schon steht auf ich glaube das ist das erste Mal heute wir sind hallo ich bin nicht mehr komm besser ist es bei mir kommt er direkt was ich blute ich blute ich bin sehr und nur ein mess Jetzt kontert er alles. Das ist nicht warm. Nur geladen auf mich. Geh kontert! Und mein Segnatum. Nein, das ist doch nicht wahr! Was konnte denn der Maltfinisher? Wie kontert der? Ich fasse es nicht! Andy macht ja jetzt mal irgendwas besonderes Wir haben fast 5 Sterne, das ist schon mal gut, jetzt müssen wir nur noch gewinnen, dann haben wir 5 Sterne Komm schon! Komm schon! Nein! Das ist nie wahr Boah, Junge! Alter, was ein Match hier Und ich blüte Jetzt geh bitte durch! Das war's! Oh Gott sei Dank! Wir haben es doch noch geschafft und wir bluten und 5 Sterne! Was ein Match hier! Das war's! Das war's! Das war's! Oh, was! Man, das war's! Oh, du bist gar nicht! Jetzt beide Musik, Amatheisen Kitzel und meine Musik. Sehr nice, ewige Nummer 1, Planenpunkte, Deutloch, das freut mich, das freut mich. Und wir stehen vor einem mega jeden Fall. Sehen wir jetzt. NXT TakeOver Brooklyn New York. Tag Team Match Finn Balor und Tyson Kidd wieder gegen uns beiden. Und ich sag mal, ich gebe noch einen VVC-Punkt aus. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss. Kapp. Dschüss. Teig. Untertitelung des ZDF, 2020